Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dragon Boom hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Wir haben ja letztens Dragon Boom zum ersten Mal gespielt und da haben wir uns etwas in dieses Spiel eingelebt. Um was geht es, wie funktioniert es und ich muss sagen, ich fand es richtig, richtig nice. Deswegen gibt es jetzt eine zweite Folge von Dragon Boom hier auf meinem Kanal und ich würde sagen, wir starten da gleich mal rein. Für alle, die die letzte Folge nicht gesehen haben, kein Problem Leute, man kommt schnell in dieses Spiel hinein. Ihr seht schon hier, dieser kleine Drache auf der Nase vom großen Drachen ist unser Charakter, mit dem wir spielen. Und hier kann man schon mal auswählen, was für einen Feuerball man benutzen wird. Will, will, kann, was auch immer hier Leute. Ähm ja, und das ist der normale Feuerball, dieser brallt ab und dieser springt halt so hin und her und das ist eine Bombe. Ja, ich würde sagen, wir nehmen den, der springt so schön herum und der schießt auch drei Feuerbälle Leute. Und ja, wie gefällt euch dieses Spiel? Schreibt es uns mal bitte in die Kommentare, wenn ihr euch ein Bild davon machen könnt. Und ihr seht schon, hier kann man hier voll ran und die Steuerung, ich finde die noch immer übertrieben geil Leute, wie man hier seinen Drachen steuert. Denn auf der linken Seite kontrolliert man, wo der Drache hinfliegt und auf der rechten Seite kontrolliert man, wo die Feuerbälle hingeschossen werden. Und das ist schon eine sehr geile Steuerung, muss ich sagen. So, und da schießen wir einfach alles weg. Und ihr seht schon, die Multiplikatoren zählen auch hier rauf. Immer wenn ich einen Gegner treffe, dann wird der Multiplikator erhöht und somit bekommen wir dann mehr Gold. Und ja, es geht halt darum, wie mehr Gold man bekommt, desto mehr Fähigkeiten schaltet man frei und ich muss mich komplett konzentrieren Leute. So, die zerstören wir natürlich alle hier und jetzt ist der Multiplikator auch schon wieder weg, runter da mit uns. Und ja, ich finde auch die Grafik richtig, richtig nice Leute. So, wow, das ist ein Bogenschützer, den müssen wir uns hier irgendwie gönnen. So, da ist er weg und auch da holen wir uns das weg mit dir. Eieiei, der hat uns hier den Schaden gemacht. Finde ich nicht cool, denn jetzt bekommen wir nicht mehr alle drei Sterne für das Level. Es gibt insgesamt 50 Level bis jetzt. Bin gespannt, ob da noch welche dazukommen werden. Die werden halt immer schwieriger Leute. Und ich werde versuchen, hier mein Bestes zu geben, um bei jedem Level drei Sterne zu erreichen. So, leider ist das Spiel momentan nur für iOS erhältlich, also leider wieder nicht für Android. Sorry Leute, aber ich fand es halt richtig, richtig geil, dieses Spiel. Deswegen spiele ich es hier auch. Ihr könnt ja mir dabei zusehen, ist ja besser als gar nichts Leute. So, runter da mit uns. Und da gibt es eine Menge an Bogenschützen, die wir natürlich alle treffen wollen, müssen, was auch immer. Ah, komm, ich treffe den nicht. Aber jetzt, nein, der hat mir Schaden gemacht. Ich bin noch nie gestorben, ich habe noch nie alle fünf Leben verloren. Ja, am besten ist, wie gesagt, kein Leben verlieren, denn sonst bekommt man hier keinen Stern am Ende für das Leben. Oh, und den auch noch, ja, und da ist das Ziel. Ich glaube, da ist das Ziel, ja, nein, noch nicht. Rück, zurück. So, das auch noch weg und rein mit uns. So, da holen wir uns einiges an Gold mit einem 12er Multiplikator. Und da haben wir die Kiste Leute. Nice. Nächstes Level geschafft. Hier bekommen wir sogar 776 Gold. Richtig, richtig cool. Wie ihr seht, da oben, die Box, ist immer das Level. Und ja, bei Level 8 bekommen wir, glaube ich, wieder eine neue Box. Wir bekommen hier zwei Sterne auf dieses Level. Und ja, richtig, richtig gut. Wie gesagt, weil wir Leben verloren haben, bekommen wir hier nur 60% und dadurch nicht, ja, haben wir keinen Stern erlangen. So, weiter geht's Leute. Und ja, ich bin ja, wie ihr wisst, will ich auf meinem Kanal sehr, sehr viel Abwechslung bringen an Spielen. Es gibt ja immer so ein Hauptspiel auf meinem Kanal. Das ist momentan ja Cat. Deswegen kommt das auch jeden Tag um 19.30 Uhr. Und sonst bin ich eigentlich sehr offen, was so Spiele angeht. Deswegen schreibt mir doch mal in die Kommentare, was für ein Spiel ihr gerne sehen wollt. Und dann kann ich ja die alle mal anschauen und mir dann überlegen, ob ich vielleicht das ein oder andere auch mal anzocke. So wie das hier. Ich habe in der letzten Zeit auch Flipmasters angezockt, Bowmasters, falls ihr das nicht gesehen habt, alles natürlich auf meinem Kanal. So, und man kann so schön drinnen hier sliden mit dem Drachen. Das ist einfach sehr, sehr befriedigend, muss ich sagen. Es klingt blöd, Leute, aber es ist so. Das erinnert mich an dieses eine Spiel, Tiny Wings. Genau so hat das geheißen. Das habe ich früher megamäßig aufgezockt. Und da jetzt drauf mit diesen. Oh, 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 komm, jetzt aber. Weg mit dem. Den treffen wir nicht, aber so. Oh, come on. Wie oft muss ich denn dann noch ran, dass ich den treffe hier? So, weiter. Keine Zeit verlieren. Ich meine, zum Glück geht das Ganze nicht auf Zeit. Sonst hätte ich da, glaube ich, schon öfter mal ein Problem gehabt. Schade eigentlich, dass man hier nicht vielleicht dann einen Rekord aufstellen könnte. Das wäre dann schon nochmal eine Challenge. Wenn man dann da sich mit der Zeit mit anderen messen könnte. Aber vielleicht kommt das ja noch. Das Spiel ist ja noch nicht lange im App Store. Deswegen wird da, glaube ich, noch einiges kommen. Ist momentan auch sehr, sehr beliebt im App Store. Sehr, sehr weit oben in den Charts. Und auch von Apple direkt auf der ersten Seite im App Store zu sehen. Deswegen, ja, kann man da schon noch einiges erwarten, Leute. Wow, komm jetzt! Yes, den haben wir getroffen. Aber unser Multiplikator ist trotzdem weg. Und da haben wir wieder eine Rutsche zu unserem Jackpot. Und somit haben wir auch dieses Level wieder geschafft. Richtig, richtig nice. Und ja, wenn euch dieses Video gefällt, nicht vergessen natürlich einen Daumen nach oben zu geben. So, wir eröffnen die Kiste. Was haben wir neu? Oh, das sieht interessant aus. Probieren wir gleich aus, würde ich sagen. So, da gehen wir zurück und nehmen jetzt das. Das nächste Upgrade wird bei Level 10 freigeschaltet. Und es gibt richtig viele Leute. Es geht bis 200. Und ich glaube, da muss man sich richtig ins Zeug legen. So, wenn wir das schaffen, hätten wir ein Fünften vom Game eigentlich hier schon abgeschlossen. Wow, der schießt richtig viele hier. Bam und bam. So, da unten haben wir den getroffen. Und die kleinen Dinger sind aus wie Minions. Die erinnern mich wirklich an Minions. Also aus dem Film ich einfach unverbesserlich. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Die gelben Dinger. Die was hier auch schon einen eigenen Film haben. Weil sie einfach so gut angekommen sind bei den Leuten. So, runter hier und rauf hier. Was? Komm, gib Gas. Wow, 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 wow. Da holen wir uns ordentlich viele Multiplikatoren. Aber wir haben hier kein Gold. Wo bleibt mein Gold? Ah, hier. Hier haben wir endlich mal wieder Gold. Was? Die Multiplikator ist schon weg gewesen? So, wow. Weg, weg, weg. Wow, jetzt haben wir aber ordentlich viel. Jetzt, so. Bleibt bitte da, Multiplikator. Yes. Rüber da mit uns. Man muss da wirklich schauen, dass man immer den Multiplikator behält. Oh, jetzt geht's ab, Leute. Da habe ich jetzt ordentlich viel getroffen. Aber Multiplikator wieder auf 1. Schade eigentlich. Richtig schade. Und da sind wir beim Gold. Bin gespannt, ob wir hier eigentlich alle Gegner getroffen haben. Denn das war hier schon viel. So. Yes. Wir haben, yes. Drei Sterne. Nice. Und bald Level 9. Ich würde sagen, gleich mal weiter. Das war jetzt Level 10. Also Stufe 10. Ja, es gibt das Level. Wie soll ich was nennen? Das ist jetzt sehr verwirrend, muss ich sagen. Das ist eigentlich nicht verwirrend. Oh, komm. Wow. Da ist eine neue Einheit. Der gefällt mir nicht gut. Ich bin auch da da nicht. Nein, er ist jetzt weg. Den habe ich also getroffen. Dann müssen wir schauen, dass wir hier ordentlich rein gehen. Ja, ihr seht schon, ich ziehe es sehr, sehr oft. Ich lasse den Drachen eigentlich fast keine Sekunde hier selber fliegen mal. Und somit haben wir wieder unseren 12-Multiplikator. Und wir können den auch halten. Aber nur wie lange ist die Frage. So, da holen wir uns nach Münzen mit dem 12-Multiplikator. Komm. Yes, da bleibt er. Da bleibt er da. Ist ja klar. Das war wieder so ein Reim von mir, Leute. Wow. Jetzt geht's ab. Nur irgendwie. Komm, jetzt. Und drüber mit uns. So, Multiplikator ist. Wir haben als zwei besser als gar nichts. Und da haben wir Schaden genommen. Hör auf. Nein, 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 nein. Come on. So, jetzt bekommen wir nicht mehr drei Sterne. Und drei Sterne wären auf alle Fälle cool. Aber wir holen uns jetzt wieder die Truhe. Weiter geht's. Und ich verstehe das nicht, dass die erste Zahl, wie man da 100% erlangen kann und wann man hier nicht 100% erlangen kann. Das finde ich noch komisch. Das finde ich wirklich noch etwas komisch. Aber gut zu wissen, dass die Magier Schaden machen. Das wusste ich gar nicht. Deswegen, ja, aufpassen, meine Magier, Leute. Den sollte man nicht zu nahe kommen. So, deswegen schießen wir den gleich mal als erstes weg. Weg. Hier mit uns. Und der verschwindet immer. Ja. Was? Er ist noch immer da? Was soll das? Der währt meine Bälle ab. Ja, jetzt haben wir ihn aber endlich getroffen, Leute. Endlich. So. Runter hier mit uns. Ich glaube, sonst habe ich hier eigentlich alle erledigt. Da oben sind noch Gegner. Zum Glück gibt es die Pfeile. Zum Glück gibt es die Pfeile, die hier alles anzeigen. Oh, come on. Come on. Nein. Wir haben Schaden genommen. Wir haben Schaden genommen. Und kein Multiplikator. Was soll das? Rüber. Weg hier. Noch mehr Schaden. Ich will jetzt nicht drauf gehen. Ich bin noch nie drauf gegangen. Wie gesagt, ich habe noch nie alle fünf Leben verloren. Also, ich weiß auch nicht, was hier passiert. Aber ich will wenigstens den Stern hier. Oh, diese Bälle. Eieiei, okay. Jetzt müssen wir einfach durchbrushen, Leute. Wir dürfen keinen Schaden mehr nehmen. Sonst sind wir weg. Sonst sind wir wirklich weg. Deswegen schauen wir, dass wir hier durchkommen. Ich glaube, das haben wir gleich geschafft. Ja, hier ist er. Hier haben wir unsere Kiste. Ein Stern noch. Das wäre jetzt richtig knapp. Ja, Level 12 wäre somit auch geschafft. Nicht alle Sterne und auch kein Level Up. Schade eigentlich. Aber, Leute, das war es mit diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls du nur auf meinem Kanal bist, würde ich mich natürlich auch sehr übernommen, ihr Freund. Vielen Dank für die Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin. Macht's auf alle Fälle gut. Und halt rein, Leute. Ciao.